Ich begrüße Sie zu einem weiteren Tooltip für Security Insider und zeige Ihnen in diesem Tooltip die Möglichkeiten des kostenlosen WinAero Tweakers, um Windows-Einstellungen auf einem PC vorzunehmen. Sie können das Tool als Freeware kostenlos herunterladen. Während der Installation können Sie auswählen, dass Sie eine portable Installation durchführen möchten. Das hat den Vorteil, dass lediglich das Verzeichnis extrahiert wird und dass Sie keine Installation durchführen müssen, also keine Registrieeinstellungen vorgenommen werden, auch keine Systemdateien verändert werden. Wenn Sie den Windows-Aero Tweaker aufrufen, sehen Sie, dass administrative Rechte notwendig sind. Das liegt daran, da hier viele Einstellungen eben vorgenommen werden, die über administrative Rechte verfügen. Wenn Sie das Tool gestartet haben, ist es eigentlich relativ übersichtlich. Auf der linken Seite sehen Sie die verschiedenen Bereiche und auch die einzelnen Tweaks. Wenn Sie einen Tweak anklicken, zum Beispiel eben Disable Windows Update, sehen Sie auf der rechten Seite die Optionen, die zur Verfügung stehen und Sie sehen eine Beschreibung, was umgesetzt wird. Zusätzlich erhalten Sie für nahezu jeden Tweak noch einen Link, Sie in Detail, how this tweak works und können eine Webseite bei WinAero öffnen, die Ihnen genau zeigt, was umgesetzt wird und unter Umständen, wenn die entsprechende Option mit Bordmitteln durchgeführt werden kann, wie Sie sie durchführen können. Das ist also sehr transparent und durchaus auch für Administratoren sinnvoll. Neben der Möglichkeit, diese Optionen umzusetzen, können Sie über den Menüpunkt Tool, Import und Export die Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, exportieren. Sie können auswählen, welche Tweak Sie exportieren möchten. Sie können die Datei auswählen. Ich lasse hier zum Beispiel jetzt die Änderungen in diese Datei als Inidatei exportieren, erhalte auch die entsprechenden Informationen und jetzt sehen Sie hier die Inidatei. Sie können die Inidatei auch entsprechend öffnen und hier auch andere Einstellungen aufnehmen und diese entsprechend umsetzen. Und auf der anderen Seite können Sie, wenn Sie WinAero Tweaker öffnen, über Tools, Import, Export diese Inidateien auch wieder importieren. Das heißt, bei einer Neuinstallation oder auf anderen Rechnern können Sie Optionen relativ einfach wieder importieren und können jedes Mal im Grunde genommen auch manuell auswählen, was Sie denn importieren möchten. Wenn Sie die einzelnen Einstellungen wieder rückgängig machen wollen, die Sie gesetzt haben, steht über den Menüpunkt File der Menüpunkt Reset all Tweaks zur Verfügung und auch Reset to Defaults, wenn die Einstellungen des Tools bzw. von Tweaks nicht dem Standard entsprechen. Mit Reset all Tweaks wird ein Fenster angezeigt und hier kann ich jetzt auswählen, welche dieser Einstellungen möchte ich zurücknehmen. Mit Reset selected Tweaks werden die Einstellungen zurückgenommen und wenn ich jetzt den Rechner neu starte, werden die Optionen eben nicht mehr umgesetzt. Das heißt, das Tool ist sehr transparent. Es zeigt mir an, welche Änderungen durchgeführt werden. Ich kann für die meisten Änderungen, wenn das notwendig ist, eine Hilfe anzeigen. Ich kann umgesetzte Änderungen relativ einfach wieder exportieren und über Tools, Preferences oder über das Zahnrad-Icon kann ich einige Einstellungen vornehmen, zum Beispiel eben, dass Tooltips angezeigt werden, dass die Titel der Kategorien angezeigt werden. Ich kann einstellen, dass das Tool nach Updates sucht. Wenn Sie das Tool in einer Firma einsetzen und Sie erhalten die Meldung, dass Wiener Aerotweger nach Hause telefoniert, durch das Deaktivieren dieser Option wird die Internetverbindung quasi gekappt und das Tool versucht, keine Verbindung mehr zum Internet aufzubauen. Sie können in den Optionen darüber hinaus noch einstellen, was die Startseite sein soll. Das heißt, Sie können genau festlegen, wo soll denn genau das Tool starten, wenn Sie es aufrufen. Das ist im Grunde genommen eine Spielerei. Interessant sind wirklich die einzelnen Optionen, die sich natürlich auch zum großen Teil über Gruppenrichtlinien oder lokale Richtlinien umsetzen lassen, aber hier haben Sie ein zentrales Tool dafür und vor allem diese Einstellungen können Sie in den meisten Fällen auch in Windows 10 Home umsetzen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Videotip die Möglichkeiten von Windows 10 Aerotweger näher bringen und Sie schauen sich auch die anderen Möglichkeiten an und die anderen Videos an, die wir bei Security Insider bieten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.